Linux bei 60% Marktanteilen? Da werden sich viele von euch wahrscheinlich wundern. Man kennt das ja eher, wie es hier gezeigt wird. Das sind die aktuellen Daten vom Mai 2024, wo man sieht, ganz vorne ist Microsoft Windows mit hier über 78%. Weit abgeschlagen kommt dann macOS. Auf Platz 3 befindet sich hier Linux mit 4%. Da haben sie ja erst vor kurzem die 4%-Marke geknackt. Das war lange Zeit auf 3, doch es gibt tatsächlich eine Gruppe, bei der Linux viel verbreiteter ist und das nicht bloß serverseitig. Bevor wir zu den 60% kommen, schauen wir uns eine Gruppe an, die schon deutlich über diesen 4% liegt, nämlich ihr. Ich habe vor einigen Tagen auf meinem Kanal im Community-Tab, gut sind zwei Wochen, hier mit 1096 Stimmen. Da haben viele mitgemacht, finde ich interessant. Mal gefragt, welche Betriebssysteme nutzt ihr, nutzt du hauptsächlich am Desktop-Computer. Da haben wir, wie erwartet, Windows auf Platz 1 mit aber nur 54%, schon deutlich weniger als in der Browser-Statistik. Und Linux kommt hier auf 32%, also fast ein Drittel, oder mehr als siebenmal so viel, als wir hier in der StatCounter-Seite für den Desktop sehen können. Noch mehr Linux gibt es bei Entwicklern und Administratoren. Da hat nämlich hier Stack Overflow, das ist so die bekannteste Community für vor allem Entwickler, aber eben auch Admins, macht hier regelmäßig eine Umfrage, um ein Stimmungsbild von Entwicklern einzuholen. Wer es nicht kennt, hier kann man auf Questions klicken. Da gibt es jetzt verschiedene Fragen, immer alles auf Englisch, wo man eben rund um IT-Technik, beziehungsweise hauptsächlich eben Programmierung, aber auch Administrierung Fragen stellen kann. Steigen wir an mit der Umfrage hier aus dem Jahr 2022. Da wurde nach dem primären Betriebssystem von den hauptsächlich Entwicklern gefragt. Da haben wir hier schon deutlich mehr Antworten als bei mir, sind ja 71.500, die da mitgemacht haben. Auch hier Windows vorne. Dazu aber bei Linux sind wir hier schon bei 40%, sogar etwas drüber. Auch interessant, die haben ja noch mal getrennt gefragt, immer nach dem beruflichen Einsatz, also auf der Arbeit als Entwickler zum Beispiel oder als Admin, aber eben auch privat. Da ist Windows noch auf der Arbeit verbreiteter. Privat haben wir anscheinend schon mehr auf eine Alternative gesetzt. Das ist keineswegs ein kurzfristiger Trend oder Ausreißer. Hier gehen wir mal ein Jahr zurück, 2020. Da wurde die Frage zwar etwas anders gestellt, nämlich nach den Plattformen, für die man im laufenden Jahr entwickelt hat, aber auch hier ist Linux auf dem ersten Platz. Sogar mit 55% wäre natürlich nicht nur das Betriebssystem, das man im Alltag nutzt, eine Rolle spielt, sondern auch jemand, der zum Beispiel Software entwickelt, die auf Linux-Servern deployed wird oder die auf Linux-Rechnern allgemein läuft. Da haben wir Linux sogar vor Windows, das ist auf dem zweiten Platz. Und Platz 3 ist dann Docker, also Contain-Technologie, die auch in den letzten Jahren stark an Verbreitung gewonnen hat. Dass das Ganze steigt, kann man sehen, wenn man sich jetzt mal die Daten von 2023, also vom letzten Jahr anguckt, hier ist es jetzt wieder nicht mehr direkt vergleichbar. Zwar ist die Frage nach dem primären Betriebssystem, das ist gleich geblieben, aber sie haben jetzt eben nicht mehr Linux-basierte Systeme in eine Gruppe aufgenommen, sondern hier die verschiedenen Distributionen gelistet, die bekanntesten, Ubuntu, dann hier Debian, andere und noch so ein paar, die man wahrscheinlich kennt, Arch oder Red Hat, Fedora. Wenn man die jetzt alle zusammenzählt, dann kommt man aber sogar auf über 60%. Das überragt Windows hier mit ihren maximal 59,7% bei den Unternehmen nochmal deutlich. Warum ausgerechnet Linux bei Entwicklern so beliebt ist und nicht Windows oder macOS, dafür gibt es ein paar Gründe. Der erste Grund liegt darin, dass Linux mit seinem gesamten Ökosystem von Entwicklern für Entwickler geschaffen wurde, und zwar nicht als Unternehmen mit dem Ziel, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern eher so aus alltäglichem Bedarf heraus. Man hat ein Problem gesehen, einen Bedarf für irgendwelche Anwendungen und hat die halt dann so gut wie es geht entwickelt, die dann anschließend anderen zur Verfügung gestellt. Vor allem im Werkzeugkasten von GNU befinden sich etliche Tools, mit denen man viele Dinge sehr einfach machen kann. Ein paar Beispiele. Du möchtest Dateien herunterladen, mit Curl oder Wget, problemlos möglich. Wenn du irgendwie JSON parsen möchtest, zum Beispiel die aktuellste Version einer Software von GitHub, dafür gibt es JQ. Etwas im Inhalt von Dateien finden und das anzeigen lassen, mit Grab super schnell, gar kein Problem, selbst wenn es größere Dateien sind, funktioniert das. Auch suchen und ersetzen, dafür gibt es zum Beispiel SED. Wem sowas noch nicht reicht, der hat mit AWK eine komplette Skriptsprache, mit der sich Dateien auf komplexe Art und Weise durchsuchen und bearbeiten lassen. Das sind nur ein paar Beispiele. Diese Liste könnte man noch deutlich weiterführen. Schon deswegen ist es kein Wunder, dass GNU Linux auf Servern den Ton angibt. Hier hat sich einer mal gefragt, kann das Internet ohne Linux existieren? Die nüchterne Erkenntnis ist hier, über 96% der Millionen am meisten besuchten Webseiten, die laufen auf Linux. Das heißt, damit wäre der Großteil des Internets weg. Selbst im Unternehmensbereich hat man hier mal eine Studie durchgeführt. Da ist Linux mit 92,7% noch ganz vorne. Windows hat hier ein bisschen mehr Marktanteile. Das betrifft aber dann nicht nur das öffentlich erreichbare Internet, sondern eben auch interne Firmensysteme. Selbst bei Microsoft hat Linux schon seit zig Jahren Windows überholt. Auf der Azure-Seite hier kann man unten gucken, mehr als 60% der Kundensysteme, die laufen hier auf Linux. Und das ist ja für Entwickler ein wichtiges Thema. Die meiste Software hat ja irgendeine Serverkomponente, das heißt, die müssen sich damit beschäftigen und auch gucken, wo läuft das Ganze, damit sie dann für dieses System entwickeln können. Dann macht es natürlich Sinn, wenn sie auch auf dem gleichen System arbeiten, wo nachher die Software laufen soll, also eben ein GNU-Linux, wenn es nachher hier ein Linux-Server ist, wo das Serverprogramm läuft. In der sogenannten Cloud laufen daher ungefähr 90% der gesamten Systeme auf Linux. Wenn man überlegt, welche bedeutenden Innovationen gab es wohl in den letzten 10 Jahren im Serverumfeld, dann fallen einem wohl zwei Stück ein, die sich hier zumindest deutlich hervorheben. Einmal die ganze Container-Technologie, allen voran Docker. Die sind aus dem Alltag von vielen Entwicklern und Admins gar nicht mehr wegzudenken. Dahinter steckt nämlich auch Technologie aus dem Linux-Körner. Deswegen gibt es auch bis heute kein natives Docker für Windows. Dem Kernel von Windows, dem fehlen die Funktionen. Alle Programme wie Docker Desktop, Portman Desktop und so weiter, die funktionieren nur mit einer virtuellen Maschine mit Linux im Hintergrund. Die sieht man zwar nicht, aber sie ist da. Werden die Container-Umgebungen größer und man möchte die orchestrieren, dann ist hier Kubernetes das Mittel der Wahl, so ein Quasi-Standard. Das stammt von Google und die sind ja bekannt dafür, auch sehr stark auf GNU-Linux zu setzen. Die haben über 100.000 Mitarbeiter auf Basis von dem freien System, die da arbeiten. Deswegen haben die hier auch primär alles für Linux entwickelt. Windows ist bei allem rund um Container bestenfalls zweite Wahl. Lange Zeit wurde es gar nicht unterstützt, mittlerweile nur eingeschränkt. Die zweite Innovation ist Cloud. Also im Prinzip das, was man intern gehabt hat, das wird outgesourced auf die Systeme von Dienstleistern und Cloud-Anbietern. Hier ist Linux als stabiles, relativ sicheres, sowie skalierbar und anpassbares System oft das Mittel der Wahl. Hier gibt es zum Beispiel Systeme oder Standards wie Cloud-Init. Damit kann man über eine Datei sein System definieren und hier relativ einfach solche Instanzen in Sekunden erstellen. Freie Software wie GNU-Linux kann hier mit zahlreichen Vorteilen punkten. Die meisten Distributionen, die können kostenfrei genutzt werden. Man hat hier nicht ein riesiges Skalama mit Lizenzen. Außerdem kann man es eben komplett frei verwenden. Hier gibt es die vier Freiheiten von freier Software. Verwenden, verbreiten, verstehen, verbessern. Lässt sich also problemlos anpassen für einen Cloud-Anbieter zum Beispiel oder für ein bestimmtes System. Hier wird man auch nicht gegängelt wie bei Microsoft, weil eben die Freiheiten der Nutzer hier groß geschrieben werden und zwar wirklich groß geschrieben. Selbst wenn einem irgendwas nicht passen sollte, dann gibt es ja immer die Möglichkeit, dass man das selber anpasst oder zu Alternativen wechselt. Lange Zeit hat Microsoft hier einen erbitterten Kampf gegen Linux und das gesamte System oder das gesamte Ökosystem von freier und quelloffener Software geführt. Das ist mittlerweile nicht mehr ganz so extrem. Man hat gemerkt, dass man hier mehr Geld verdienen kann, wenn man da selber mit einsteigt. Hier ein Beispiel 2015 aus ihrer eigenen Cloud. Da haben sie gemerkt, dass jeder Switch seine eigene und in der Regel proprietäre Software mitbringt. Die kann man mangelsoffener Standards nicht in Azure integrieren, in die eigene Software. Also ironischerweise fällt hier Microsoft genau das auf die Füße, was sie selbst jahrzehntelang exzessiv gepflegt haben und im Kern ja bis heute noch tun. Oh Gott, wir sind so dumm. Im allgemeinen Desktop-Bereich, da wächst Linux zwar relativ langsam, aber ihr habt gesehen, es gibt Bereiche, gerade bei Entwicklern, da ist das viel mehr verbreitet, als man so im Allgemeinen denkt und kennt von den Zahlen her. Doch auch da ist Linux am kommen. Da hilft ja Microsoft teilweise mit, indem sie Windows-Nutzer immer mit neuen Einschränkungen und Werbung und irgendwelchem Zeug, was sie gar nicht wollen, nerven. Manche machen das dann mit, aber andere sagen, nee, jetzt ist Schluss, jetzt wechsle ich zu einem freien Betriebssystem. Hättest du gedacht, dass unter Entwicklern und Admins Linux so verbreitet ist? Schreib's gern mal auf uLabs.de, in unser Forum oder in die Kommentare hier auf YouTube. Tschüss, bis zum nächsten Mal.